Hallo meine lieben Pendlerfreunde, ich bin Lucida und wir spielen eine weitere Runde Overcrowd. Hier ist gerade Nachtschicht im Gange, die machen hier gerade Pause. Ich hasse, dass wir die Pause machen, immer diese Mitarbeiter und ihre Pause. Ja, in dieser Folge wollen wir hier zwei neue Treppen bauen. Im Moment geht das noch nicht, ich kann mir die noch nicht leisten. Ich muss noch ein paar Anleihen sparen, um die nächste Schwelle zu überschreiten, um neue Sachen kaufen zu können. Aber ich denke, das müsste, ich weiß nicht, sieben Stück brauchen wir noch. Vielleicht reicht das in der nächsten Schicht, machen wir schon mal auf. Und dann können wir hier Treppen aufbauen und dann eben auch diesen Eingang hier nutzen. Und dann geht es auch, glaube ich, so richtig erstmal los. Und als nächstes würden wir dann hier diesen Eingang auch noch nutzen. Und ja, dann weiß ich auch nicht, dann habe ich hier vielleicht einen Fehler gemacht, indem ich hier einfach mal komplett einfach drüber gebaut habe. Es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir hier noch weiter bauen würden. Also auf dieser braunen Ebene hier, damit wir dann auch weiter hochkommen würden irgendwie. Um hier so einen Bahnhofsplatz irgendwie zu machen, von wo aus hätten wir eigentlich alles mögliche erreichen können. Aber gut, wir fangen langsam an und machen dann langsam weiter. Und, ach ja, oh. Ja, zukommen. Und ja, es geht dann eben hier oben weiter. So, jetzt macht ihr mal hin. Ich brauche mehr Anleihen. Kannst du dir nicht leisten. Was kannst du dir nicht leisten? Komm. Besseren Ruf, bitte. Oh. Ich glaube, wenn wir besseren Ruf haben, dann kommen auch mehr Pendler vorbei. Also, oh. Strom wird knapp. Achso. Ah, der aktuelle Strom ist blau, der aktuelle Strombedarf ist rosa. Okay, da müssen wir drauf achten. Wird also wahrscheinlich so langsam knapp mit den Generatoren. Ich habe fast gedacht, dass das Ding hier einfach, dass die nicht ausreichen, diese paar Generatoren. Na gut, bald haben wir jetzt noch zwei Pendler und dann gehen wir schon in den nächsten Anleihen. Und dann nochmal welche. Vielleicht können wir ein bisschen schneller laufen lassen. Ist das jetzt schneller? Ja. Ah, okay. Ist tatsächlich ein bisschen schneller. So, zukommen. Fünf Anleihen brauche ich noch. Ah gut, das wird ja. Das fühlt sich recht gut. Wenn ein Zug kommt, dann können wir gerade ein paar Leute abfertigen. Ruf steigt auch. Gucken wir mal kurz in die Berichte rein. Über was sie sich am meisten ärgern. Müll. Über Müll ärgern sie sich. Also. Also sowas. Über Müll. Aber wieso ärgern sie sich denn? Das sieht doch gut aus hier. Gucken wir mal hier rein, ob wir da irgendwas sehen können. Ah. Fokus auf Etagen. Ah. Ah. Okay, verstehe. Das ist ja gut. Okay, das ist die, auf der wir jetzt gerade sind hier. Das ist wirklich gut. Da können wir uns besser auf... Achso, steht hier rum. Sieht irgendwie doof aus. Ja, können wir uns dann auch besser um diese Ebene hier kümmern, die so ein bisschen dann verdeckt wird von allem anderen. Ja, komm. Hopp. Auf geht's. Ja. Wo war das hier? Treppe. Noch drei mehr Anleihen. Okay. Ja, auch einen ganz lieben Grüß an Simon. Der hat mir unter die vorletzte Folge drunter kommentiert. Er kann sich an die Zeit erinnern, als ich noch mein altes Mikro hatte. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war im Dezember, als ich das neue Mikro bekommen habe. Und ja, das alte Mikro. Also, wenn ich mir das im Nachhinein anhöre, ist das wirklich schrecklich. Jede Art im Zug zu hören. Schrecklich. Und auch komisch blechern. Und man kann sich das kaum anhören. Ich verstehe gar nicht, warum mir das nicht aufgefallen ist selbst. Also, ich habe gemerkt, das ist nicht die beste Qualität. Aber ich dachte, ach ja, komm. Es reicht ja, wenn man mich verstehen kann. Der gute Wille zählt. Und ja, ich kann schon verstehen, dass sich da viele Leute beschwert haben. Also, liebe Grüße. Mittlerweile ist es ja alles besser geworden, zum Glück. Zum Glück. So, jetzt können wir uns das kaufen. Kostet auch gar nicht viel. Das können wir uns auch kaufen. Das sollten wir natürlich erst in der Nacht machen dann. Wofür das hier da ist, weiß ich gar nicht. Bestand. Achso. Achso, ist das eine neue Art von Zug vielleicht? Was kostet das denn? Acht Stück? Meine Güte, das ist aber viel. Okay. Was, wie, was? Virus? Oh, oh, oh. Achtung, liebe Leute, wir haben hier ein Virus. Oh, ich habe doch gar nicht das erste Hilfekit gekauft. Das brauchen wir auf jeden Fall. Boah. Habe ich doch gar nicht. Komm. Die Susi. Okay. Ja gut, es ist doch gerade eben erst, glaube ich, freigeschaltet worden. Mob und Rattenstab. Ja, dann werden wir wahrscheinlich auch bald wieder brauchen. Da werden dann Ratten unterwegs sein. Äh, ja. Äh, Rattenstab. So, erste Hilfe, genau. Wir wollen ja hier keine Pandemie hier haben am Bahnhof. So, aber scheint sich... Ach nee, hier sind sie. Äh. Ja, wir müssen erst mal noch... Ah, hört auf zu niesen. Maske auf. Unfassbar. So, jetzt haben wir keinen Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Gucken wir mal einen, ob der... Ach, komm. Komm, wir nicht immer so hier. So, mal gucken, ob hier einer so einen großen Kreis hat, dass der das alles abdecken könnte. Oh ja, der Power. Der Power kann das machen. So, wo ist er denn? Power. Ja, hört mal auf hier. Im Moment bin ich ganz nervös da hinten. Unglaublich. Das ist seine erste Priorität. Direkt nach dem Müllpicken. Ah. Oh, nein. Okay. So, jetzt endlich. Diese ganzen Viren verseuchten Menschen. Weg von meinem Bahnhof hier. Unfassbar. So, was sagen die Pflanzen? Gucken wir mal, wer sich darum kümmert. Aha. Niemand so wirklich richtig. Milz, theoretisch. Der kümmert sich aber erst mal jetzt um die... Generatoren. Oh. Du Trottel. Okay, da hinten, die Pflanzen hat keiner im Blick. Irgendwie zieht der Zeiger gerade nach. Was ist los? Okay. Also Milz wird diese Pflanze nicht versorgen. Das sehe ich jetzt schon. Wen haben wir hier noch? Watson. Ja, der kann das machen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Zugriff hat auf diese Gießkanne. Watson. Ja, ich glaube, das machen wir auch mal auf 1. Wenn er gerade das Megafon nicht benutzen kann, dann soll er das hier machen. So. Ja, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Hohe Preise, also komm. Ah, er kümmert sich drum. Okay. Gut, da können wir jetzt die Treppen kaufen. Wo sind die? Da. Treppe. Okay, ich war hier aber auch mal kurz Pause, damit wir das in Ruhe machen können. Ist das eine Rolltreppe? Oder ist das eine ganz normale Treppe? Och, lahm. Ja, da brauchen wir eine Hochtreppe und eine Runtertreppe. Will die direkt nebeneinander machen? Gehört sich eigentlich schon so, glaube ich. So, hier geht es zum Bahnsteig. Ja, theoretisch müsst ihr für jede Treppe einstellen. Wo die genau hinführen soll. Zu welchem Bahnsteig. Und das heißt, es wird irgendwie gar nicht so richtig funktionieren, wenn man über diese Treppe auch noch weiter hochlaufen will und zu diesem Bahnsteig kommen will. Dann kann man das hier, glaube ich, nicht einstellen. Oder kann man das... Ah! Okay. Wir können beides einstellen. Okay, dann bin ich ja zufrieden. Gut, also das ist gut zu wissen. Wir können das beides einstellen. Ach, okay. Das macht es einfacher. Achso. Richtung umschalten. Ja. Achso, das ist... Achso. Das Wichtige ist eigentlich die Richtung. Und das ist jetzt bloß die Beschilderung, wo das hinführen kann. Achso. Damit wir die Pendler nicht irgendwie konfusieren, irgendwie verwirren. Gut, ja wunderbar. Ausgezeichnet. So, dann können wir da dann eigentlich auch aufmachen. Ja. So. Dann machen wir auch gleich einen... Was? Kein Ausweg? Natürlich gibt es hier Auswege. So, dann machen wir doch ein bisschen was Zeug dahin. Das wird richtig schön. Ich glaube... Ah ja, noch mal kurz Pause. Ich denke, wir kaufen hier auch gleich so ein paar schöne Sachen. Eine Karte. Das gehört auf jeden Fall hin. Mittelgrose Pflanze. Ich gebe das jetzt so richtig mit Vollenten aus. Level 2 Mülltonne, wenn die sich immer über den Müll verschweren. Dann haben wir vielleicht noch... Nein! Nein, nicht genügend für Toiletten. Aber für die Bank doch wenigstens. Gut, das wird ein bisschen ausgetauscht jetzt. Weg damit. Alles weg. So. Okay, die Müllhammer kann man gerade noch nicht verkaufen. Die sind ja gerade noch nicht leer. Ja, wunderbar. Okay, dank viel Geld können wir das auch gleich alles aufbauen. Mann, das ist das schönste Bahnhof der Welt. Wirklich. Sauber. Mit Pflanzen drauf. Also, wo gibt es denn sowas? So. Jetzt geht er in die Pause? Ach nee. Na gut. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein paar Müll einmal verkaufen können. Ja. Mist, den ich... Diese konnte Müll nicht verkaufen, so Mist. Gut, na egal. Wir haben ja noch viele andere schöne Sachen, die wir jetzt ausrüsten können. Dieses Geräusch. Ah, okay. Ach, dieses Spiel macht schon Spaß. Wirklich. So, eine mittelgroße Pflanze. Die erwarten wir gleich mal hier hin. Wenn die Leute da reinkommen, sollen sie sich gleich freuen. Haupteingang. Tief unten im Boden. So. Die verschwitzten Reisenden dürfen hier warten. Bester Bahnhof ever. Wirklich. So, guck dir mal hier auf die Karte drauf. Ich glaube, hier kleben wir auch noch eine. Oder sollen wir da lieber... Also, wir werden gleich hier so ein Automat hinsetzen. Snacks. Vielleicht nicht schlecht. Wollen wir das da noch hin? Ja, voll gut. Ja, ich glaube... Achso, kann ich vielleicht verkaufen hier die Mülleimer. Weg damit. Die Pflanze verschieben hier auch mal. Da hin. Also, den dicken Mülleimer packen wir jetzt hier drüben hin. Genau. So. Dann gucken wir noch ein bisschen nach irgendwelchen Automaten. Ah, geht noch nicht. Mist. Zeitungsstand. Also, das ist doch lahm. Na gut. Machen wir hier einen hin. Ach, ich will diesen Chipsstand da haben. Okay. So. Ein bisschen Werbung schadet nie. Gut. Ich denke, damit sind wir erstmal soweit bereit. Für den neuen Pendleransturm. Vielleicht stellen wir hier noch ein paar Pflanzen auf. Achso, haben wir genug im Mülleimer? Hier könnte noch einer hin. Na klar. Super. Okay. Mittelgroße Pflanzen. Na, können wir auch noch eine hinmachen. So. Perfekt. So, jetzt sind wir gespannt. Habt ihr alles aufgefüllt, ihr Trottel? Sieht gut aus. Aber ist gezeichnet. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob unsere Mitarbeiter auch alles abdecken. Natürlich nicht. Der Typ ist echt Gold wert hier. Der Power. Können wir den nicht vielleicht irgendwie befördern oder so? Oh, geht schon los. Okay. Power. Ja, der müsste sich dann auch um die Pflanzen hier unten kümmern. Gucken wir mal kurz was dem, wenn der Hauptaufgabe ist. Erste Hilfe leisten. Okay. Pflanzen soll er eigentlich so gar nicht machen. Dafür soll Watson das machen. Und der... Ja gut, der läuft hier so ein bisschen rum überall. Eine Ratte ist aufgetaucht. Okay. Macht das auch jemand? Ratte. Niemand macht das. Sollen wir da auch den Watson drauf ansetzen? Ah, ich glaub, wir holen... Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaub, wir gucken mal, ob wir noch einen Bewerber finden, der so eine gute Reichweite hat. Au ja, die Amelia, die macht das. So, Madame. Boah. Boah, der entgeht einfach nix. Der kann nix entgehen. Okay, das ist ja geil. No Entry? Natürlich. Jeder soll hier reinkommen. Zwei Drehkreuze. Natürlich, jeder soll hier reinkommen. Keiner... Oh, äh... Die Patel. Ja, die muss er noch einsetzen. Rattenstab. Sehr gut, die macht so Sachen dann. Die könnte sich eigentlich auch um die Gesundheit kümmern. Du brauchst das der hier nicht machen. Ach, wobei, es schadet vielleicht nicht. Äh... Hilfe. Oh, oh. Komm. Ach so, da ist es. Ja, was kann ich noch machen? Hier unten vielleicht auch den Müll leeren? Ach so, und hier unten soll die auch gießen. So. Ach, da wird schon wieder gegrillt. Okay. Was hatte ich jetzt gerade? Irgendwie hatte ich doch... Wollte ich irgendwas machen? Mmh, Mist. Jemand hat die Grippe. Da geht schon wieder los. So, die wollten mega fuhren. Okay. Ach, das sieht doch gut aus jetzt. Aber ich habe gerade irgendeinen Gedankengang gehabt, den ich jetzt nicht mehr auf die Reihe bekomme. Siehst du glauben? Ach so, ich ärgere mich, warum hier keiner reinkommt. Wollen wir mal gucken, wie das von hier aus aussieht. Das ist der hier. Exit only. So ist das aber eigentlich nicht gemeint. Ach so, ich kann das nicht ändern während Tages. Okay, ich habe das wahrscheinlich irgendwie falsch gemacht. Das ist ja ärgerlich. Okay, Zug. Komm, du auch mal wieder her? Können wir eigentlich auch so einen Betriebsraum noch reinsetzen für das Signalrelay. Das wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch. Was ist jetzt ärgerlich, dass da keiner reingehen kann? Ja. Habe ich jetzt noch den nächsten Bahnsteig schon? Ich glaube schon. Maximal zwei Waggons. Das ist ja, das ist ja Alarm. Nee, nee, das muss schon besser gehen. So, was sagen wir dazu? Vier Waggons. Ja, das passt doch. Wunderbar. Okay, gut. Da müssen wir dann halt auch noch neue Treppen hier hochbauen. Ah, das wird toll. Das wird super. Ja, geh mal nicht aus dem Weg, Freund. Ruf wird auch mal besser. Komm. Hopp. Okay, ich brauche dringend diesen Kontrollraum. Das geht mir hier auf die Nerven, dass ich das so von Hand machen muss. Okay, dann verschieben wir das Ding mal so ein bisschen. Und hier kommt es der Kontrollraum hin. Ich glaube, wir machen den mal sehr klein. Vielleicht reicht das ja schon. Geht nicht. Ist zu klein. Minimal dreimal drei. Okay. Gut, das muss ich mir dann noch irgendwie überlegen. Uh. Uh. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Hilfe. Ah. Okay. Bahnsteig 2 hat keinen Strom. Achso, ja gut. Den haben wir eh noch nicht in Benutzung. Ah. Jetzt kümmert sich hier keiner um die Pflanzen hier. Braucht eine Gießkern. Ich sehe schon. Hm. Theoretisch können wir das doch hier... Ach man, komm. Theoretisch kann man das hier doch noch ein bisschen ausweiten und dann unten drunter weiter fortführen. Also unter das da liegen. Und dann haben wir doch unseren Platz. Probieren wir das mal. Nee. Geht wohl nicht. Komisch. Ist doch eigentlich... Prädestiniert so ein U-Bahn-Bahn-Bahnhof, dass man da in verschiedenen Ebenen rummacht. Achso, ähm... Gießkern. Haben wir da jetzt eine? Nee, haben wir nicht. Ich verliere schon wieder den Fokus. Ich merke es schon. So. Die Blumen verkommen da unten. So ein Ärger. Okay, na gut. Dann müssen wir woanders den Betriebsraum bauen. Vielleicht hier... Kann nicht bewegt werden. Weil nicht gegossen. Ah. Okay, gut. Hier machen wir dann jedenfalls den Betriebsraum hin. den Kontrollraum. Braucht die Toilette. Okay, da können wir uns vielleicht darum kümmern. Sehen wir ein. Könnte auch hier unten ganz gut passen. Komm. Ja. Für die Toiletten bitte da runter gehen. Ja, wässern. Ah, sehr gut. Sie machen es. Ich rieche eine Ratte. Oh mein Gott. Wo soll die sein? Schöne mittelgroße Pflanze. Oh mein Gott. Das Geräusch. Ah, da läuft die Ratte rum. Achtung. Das ist so fies. So, jetzt können wir die verschieben. Die Pflanze. Komm. Geht es jetzt? Was ist da los? Ach, scheiße. Jetzt habe ich den unten festgesetzt. Da sollst du doch gar nicht hin, Kollege. So, jetzt sieht das besser aus. Packen wir die mal da hin. So, jetzt können wir hier den Raum ziehen. Kontrollraum. Richtig. Warte mal da hin. Ah, hier ist das Relay. Sehr gut. Oh Gott, dieses Geräusch. Hör auf. Okay, also der... Ah, Hilfe. Der Zug ist kaputt. Nicht alle Gleise sind konfiguriert. Okay, wissen wir schon. Die wissen nicht, wo sie hin sollen. Achso, wir können ja schließlich auch eine Karte bauen mittlerweile. Die gute Metro-Karte. Mal die mal gleich daneben. Jeder soll merken, wo er hin soll. Niemand geht verloren hier. Geldautomat gerne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Achso. Toiletten. Oh, Hilfe. Meine Nerven. Toiletten wollten wir noch bauen. Richtig. Die können wir hier hinbauen. Oh, shit. Ach, jetzt hauen sie hier ab. Na gut. So, hier ist schon richtig. Strom wird knapp. Oh je, oh je. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt diese Reichweite haben, um bis hier rüber zu kommen. Achso, äh. Schlechte Einkaufs... Oh, bitte. Nur weil es da nur Zeitungsstände gibt? Okay, aber jetzt passt es ja. Also anscheinend passt es doch. Na gut. Brauchen einen Müllpicker. Oh, Leute. Seht ihr nicht? Der Werkzeugraum ist schon voll bis oben hin. Na gut, dafür können wir sorgen, glaube ich. So, voll bis hinten gegen. Mehr geht's nicht. Gut. Was wollten wir noch machen? Ja, macht ihr mal. Den hier können wir schon mal konfigurieren. So hoch kommt da noch keiner. Oh, äh, richtig. Genau, hier wollten wir mal gucken. Äh, was ist denn jetzt? Eingang, Ausgang, Status. Ja, jetzt ist er zu, aber... Ah, beidseitig. Genau, richtig. So, jetzt sieht das besser aus. Okay, das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Dieser Bahnhof macht sich so langsam. Das ist im Leeren. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt haben wir vier Mitarbeiter und nur zwei Stühle für die Mitarbeiter. Oh, äh, ich glaube, die Partell hat noch gar nicht... Oh, oh, Schreck. Die verliert schon Gesundheit, weil sie nicht in die Pause gehen durfte. Das war so nicht gewollt, Leute. So, da können wir aber gleich noch ein paar neue Stände besorgen, glaube ich. Wenn die sich so über den Einkaufsbereich beschweren. Ach, ist das schon voll, oder was? Das ist doch wohl nicht wahr, hier. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Toilette verschiebe ich mir mal ein bisschen an die Seite. Ja, ich muss halt nicht sofort sehen. Oder wir schieben sie vielleicht da hinten hin. Das würde doch gut passen. Ja, perfekt. Super. Das sieht gut aus. Gefällt mir gut. Jetzt gucken wir nach. Was haben wir denn hier? Ach so, Handel. Richtig, Handel. Geldautomat. Die stellen wir gleich mal hier her. Und eine Chipsmaschine. Die kommt eigentlich auch hier hin. Packen irgendwie. Niemand soll hungern. Ja, sie beschweren sich über den schlechten Einkaufsbereich. Also, eigentlich müssen wir auch hier irgendwo noch was hinstellen. Ja, gut. Und ein Lebensmittelplakat. Hamburger Werbung. Wunderbar. Schön, dass die hier beim Spiel auch an Werbung gedacht haben. Gut. Also, ich denke, damit können wir ganz gut leben im Moment. Dann. Ach, die ist noch in der Pause. Was? Kein Strom? Irg. Okay. Ich fürchte fast, wir müssen hier noch einen weiteren Kontroll-, ähm, Hauswirtschaftsraum hinmachen. Oh, Mann. Das ist... Das wird ganz schön knapp alles. Und hier weiter nach da kann ich ja nicht... Oh, da geht's schon wieder los. Oh, schreck, oh, schreck. Okay, da kommen die ersten Leute. Wir haben keinen Strom. Hilfe. Okay, mal kurz mal Pause hier. Also, ich glaube, die Reichweite reicht einfach nicht so weit. Wobei nirgends was von irgendwie Reichweite steht. Also, ich glaube, ich kaufe mal einfach einen neuen. Und dann sehen wir ja, ob das dann reicht oder nicht. So. Hier steht... Oh, es... Passt wohl. Aber... Ne, es blinkt, oder? Oh, ich weiß nicht, was das soll. Hat Chips gekauft. Ausgezeichnet. Ja, keine Ahnung, was das hier bedeutet. Vielleicht ist es knapp. Aber ich sehe nirgends irgendwas von Strom ausfällen. Also, keine Ahnung. Kein Sitzplatz. Hier wollen die sitzen. Da, wo die ganzen Pendler... Oh, schon wieder Virus. Okay, na gut. Dann stellen wir da auch noch eine Bank hin. So wollen wir nichts sein. Die müden Pendlerbeine müssen sich ausruhen. Hört auf! Oh, dieses Nies macht mich ganz wahnsinnig. Oh, da reicht der Strom doch nicht. Oh, keine Tickets. Habe ich hier keine Ticketmaschine aufgestellt? Ja, das gehört da natürlich auch hin. Urg! Tja, was machen wir jetzt? Zu weit weg? Muss wohl hier noch was hin. Nein, Hauswirtschaftsform. Oh nein, es ist zu voll hier. Mist. Oh, passt auch nicht gut. Da ist ein Platz dazwischen. So ein Mist. Okay, gut. Die verkaufen wir erst mal wieder. Ah, das ist wieder zu groß. Das wollte ich gar nicht so groß. Okay. Okay. Schon besser. Aber das gefällt mir echt nicht, dass es hier so knapp neben der Tür ist. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass es hier so ein großer Raum ist. Ah, aber wohin sonst? Mist, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir hier noch einfach drüber erweitern. Ich glaube ja nicht, dass es geht. Nee, geht nicht. Wir kommen hier einfach nicht drüber. Ja, Mist. Ärgerlich. Passt nirgendwo richtig gut hin. Ich könnte natürlich die Treppen verschieben. Da sind ja noch zwei Felder Platz, die einfach noch hier hin. Dann hätten wir hier Platz für zwei Räume oder sowas. Dann muss die Toilette woanders hin. Aber gut, das können wir halt erst am nächsten Tag machen. Ja, und hier geht es einfach nicht. Da passt nichts mehr hin. Alles voll, ist es zu glauben. Gut, also wir müssen den Tag aber trotzdem irgendwie überleben. Also müssen wir, glaube ich, den hier verkaufen, den Raum. Ach ja. Raum muss leer sein. Ja. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ja. Wird nichts anderes übrig bleiben. Mist. Blöder Strom. Echt. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen besseren... Ah, Level 1 Generator. Das heißt, es gibt immer noch bessere. Blöde Dinger. So, ich hoffe, es reicht das mittlerweile. Da können wir eigentlich auch den Rollcontainer hinstellen. So. Jetzt ist aber Ruhe hier. Und ich habe mich so auf das Signal-Relay gefreut hier. Na gut. Halb 10 Uhr morgens. In Lobdon. Oder wie das da hieß. Oh. Oh. Scheiße. Oh, shit. Da oben sind Leute. Die sind da ausgestiegen. Klar. Da ist... Und die kommen jetzt hier nicht weg. Die müssen leider verhungern. Nein. Mein guter Ruf. Schlangen. Was für Schlangen. Ich hasse Schlangen. Ja. Das Ding ist auch kaputt. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Okay. Das Ding muss ich natürlich jetzt unbedingt umstellen. Geht nicht. Kann ich gerade nicht ändern. So lange der Zug da ist. Hilfe. Ich... Jetzt bin ich überfordert. So. Weg mit dem blöden Zug. Ach. So ein Mist. Oh. Was ist hier los? Schlangen. Ach so. Die stehen zu lange an. Oh. Ich verstehe. Ich verstehe. Nur ein Ticketschalter ist wohl zu wenig. Oh. Oh mein Gott. Hilfe. Gut. Was haben wir den hier machen können? Ich weiß es nicht. Keine Möglichkeit. Kein Ausweg. Ja. Das wird ja traurig. Oh mein Gott. Ich glaube, wir stellen hier ausnahmsweise mal zwischendrin schon mal eine Treppe dahin. Falls das geht. Können nicht auf bestehenden Objekten gebaut werden. Und die Pflanze kann ich nicht verschieben. Ja, aber was ist denn das Problem? Hier ist doch... Achso. Das... Dieses Objekt vielleicht... Mann. Echt. Okay. Ausgang. Die sollen hier nur runter gehen. Bahnsteig 2. Niemand will zu Bahnsteig 2. Na gut. Okay, doch. Schöner Mist. Nee, so ist es nicht gedacht. Gut. Dann sollen die hier runter gehen. Achso. Die kommst du natürlich von dieser Seite nicht. Oh. Jetzt hab ich einen Mist gebaut. Jetzt komm die von dieser Seite nicht auf die andere Seite rüber. Ja. So, hopp jetzt. Weg mit euch. Konfigüre deine Beschilderung. Es gibt keine Route. Von Eingang M zu Bahnsteig 2. Eingang L zu Bahnsteig 2. Ja. Soll auch nicht. Geht da weg. Ich will euch hier nicht haben. Mensch. Oh mein Gott. Hilfe. Das war ein Fehler, den Bahnsteig jetzt zu kaufen. Obwohl ich den noch gar nicht einrichten wollte. Oh Mann. Meine Nerven. Was wollt ihr denn alle? Überfüllt. Okay, das liegt an diesem Ticketautomaten. Gucken wir mal, ob wir noch schnell irgendwo einen hinstellen können. Nein. Mist, das geht nicht. Okay. Ah gut, der muss woanders hin. Mist, das geht nicht. Lass mich das da bauen. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. So. Sachen gibt es. Kein Sitzplatz. Ja, jetzt keine Schlangen hier. Ich traue mich gar nicht da reinzuschauen, worüber sie so unzufrieden sind. Oh Gott. Warteschlangen. Okay. Ja, ich habe auch gut Ruf verloren hier. Das wäre ein Ärger. Bahnsteig 2 überfüllt. Ja. Oh, der Zug ist weg. Okay. Ein Glück. Kein Ausstiegspunkt. Oder vielleicht können wir den auch gleich wieder verkaufen hier. Ja. Meine Güte. Okay. Husten. Oh. Oh, ich hätte die ganzen Leute quasi auch alle verkauft. Die wollten alle da hin. Ups. Das war so nicht gewollt. Deswegen war da so viel los auf einmal. Okay. Oh, jetzt liegt hier Müll rum. Unfassbar. Ja, aber da ist einiges los. Also es ist vielleicht gar nicht so doof, das auch relativ schnell mal zu konfigurieren, dass die den Bahnsteig auch nutzen können. Mann, Mann, Mann. Wer hätte gedacht, dass da so viel los ist dann. Ja, das kann man dann eigentlich über so eine Treppe hier machen. Wollen wir die gerade verschieben? Geht nicht. Ist nicht gegossen. Ach, und die stehen da rum, die Trottel. Na gut. Gucken wir mal, was wir noch alles beschaffen können. Das ist hier eine Fohlenzelle. Ah, das ist natürlich auch cool. Rush, oh. Okay. Ah, hier können wir auch für die Mitarbeiter mehr Zeug kaufen. Schwierig. Ist nicht so viel Platz da drin. Oh, das ist gut. Freien Waggons. Nehmen wir gerne. Mal gucken, wo wir das finden können. Jemand hat die Grippe. Aha, Ventilatoren gibt es auch. Achso, wir konnten hier mal in die Hitze-Ansicht schauen. Oh, ist ziemlich warm hier. Oha. Okay. Hier steht, weiß ist das heißeste. Das brauchen wir wohl. Nicht, dass die Leute da verbrennen oder sowas. Okay, mal gucken, wo wir das finden können. Einrichtung nicht. Ventilator. Kann nicht auf andere Objekte gesteckt werden. Was ist denn da für ein anderes Objekt? Ja. Und Denise und ich stellen da einen Ventilator hin. Gute Idee. Oh, Mann. Läuft das jetzt hier? Ah ja, okay. Boah, es ist immer noch zu heiß. Gesundheit. Mann. Okay, ich glaube, wir gucken, dass wir noch mal ein paar platzieren können. Ah, das ist so eng alles hier. So. Die blasen jetzt schön beide gegeneinander. Um jeden Effekt zu verlieren. Aufzuheben. Gut, in der Pause müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hier verschieben können. Ach, geht nicht. Ach doch, geht. Ausgezeichnet. Die Pflanze muss woanders hin. Geht nicht. Ach, so ein Ärger. Ja gut, machen wir das so. Dann verschieben wir die Treppen nach rechts und dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Ja, was wir denn im Klo machen müssen wir noch mal sehen, wo das hinkommt. Oh Gott, ist da viel los. Hilfe. Überfüllt. Überfüllt. Ach komm. Oh, ist kaputt. Mein Gott. Mein Gott, okay. Da oben. Das war echt gut. Ja gut, das machen wir, glaube ich, das machen wir dann, glaube ich, nächstes Mal diesen Bahnsteig anschließen. Das hier wollen wir noch eben verschieben. Geht nicht. Okay, geht ihr mal weg da. Die können ihr zum Glück verschieben. Okay. Also weg damit. Ach so, da ist der Zeitungsstand noch im Weg. So, nun gut. Ja, das mit dem Platz ist wirklich nicht so einfach. So, und das geht zu Bahnsteig 1. Gut. Okay, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja, wohin mit dem Ding? Wissen wir noch nicht. Gucken wir mal nach dem, was war das? Hauswirtschafts- Oh Gott, das will. Ja, okay. Hauswirtschaftsraum darüber. Schön groß. Ja. So gut oder so schlecht, wie auch immer. So, kann ich das machen. Okay. Okay, den kann ich wahrscheinlich nicht bewegen. Nee, den kann ich nicht. Mist. Okay. Was wollten wir noch? Eigentlich wollten wir noch einen Kontrollraum bauen. Der muss auch 3x3 sein. Theoretisch können wir den hier hinbauen. Das ist halt nicht schön, weil da alles so knapp aufeinander sitzt. Aber gut. Machen wir erst mal die Toilette woanders hin. Achso. Ja, gut. Weiß ich. Theoretisch brauchen wir den nicht mehr. Sobald der Müll einmal leer ist, können wir den ja abreißen. Aber ich würde sagen, darum machen wir uns dann auch nächstes Mal Gedanken. Oder wir stellen die Müll... Die... Ups. Oder wir stellen die... Toiletten hier hin. Nein. So. Direkt neben den Eingang. Gut. Liebe Leute. Damit haben wir schon wieder genug gespielt für heute. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier mache. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Man wird sehen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und wenn ihr was anders machen würdet, natürlich auch. Ich würde mich freuen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Bis zum nächsten Mal.